Hallo, ich bin Uschi und ich bin Wolle, der Vorschoter. Wir zeigen euch, wie man segelt. Ich bin Captain Selnator, der Segelbehrer. Ich bringe den beiden Landraten das Segelbein. Und ich bin Rentner Peter und ich hab immer was zu meckern. Ja, Peter, die besten Skippers stehen immer an Land, ne? So, wir zeigen heute das Papier. Jawohl, Captain Selnator. Uschi, erklär doch auch mal den Zuschauern, wie das ging. Also, ich setze mich auf die Seite, wo ich nicht hin will. Die Fock halten mir auch Back auf der Seite, wo ich nicht hin will. Aber die Pinne, die zeigt hin, wo ich hin will. Ja, schön. Und dann machen los hier, Sandra. Fock Back an Steuerbord. Vorsicht mit dem Motorboat. Ruhe, Peter. Ich will jetzt die Kommandos hören. Klar zum Ablegen über Backbord. Ist klar. Fock Back an Steuerbord und Leinen los. Über die Fock und holt Andi Schoten auf Halbwindkurs. Ich komm mit dem Motorboot hinterher. Du bist still, Peter. Na, wo fahrt ihr denn hin? Nicht so schnell. Ja, das wird, äh, nicht so schnell. Ja, das wird, äh, nicht so schnell. Untertitelung des ZDF, 2020